naja auf jeden fall ja ich würde sagen wir starten hier jetzt gleich mal durch mit meinem skin gleich bleeding ice ja super wiese masse absolut zero hallo und herzlich willkommen hier was war das denn gerade zurück zu minecraft master bilders auf diesen netten server habe eben schon eine runde aufgenommen allerdings und ja was soll ich sagen meine stimme hörte sich eher an wie eine roboter na herzlichen glückwunsch ihr wisst ja was das letzte mal rausgekommen ist habe ich eine schildkröte gebaut oder was war das naja ich hoffe diesmal wird es ein bisschen aus was wird denn meine schildkröte weiß join brunella wieso ist ihr denn jetzt nachgejoint hat auf jeden fall steinerne füße ja ich weiß ja auch nicht so ganz wie ich das jetzt so ganz machen soll auf jeden fall bin ich mal gespannt so auf jeden fall hatte ich eben ja auf jeden fall auf jeden fall auf jeden fall habe ich eben schon eine runde aufgenommen allerdings ja wie soll ich das denn sagen ging das ein bisschen hose weil meine stimme sich eher angehört hat wie ein roboter weil ich irgendwie noch mit ähm ja mit meinem normalen mikrofon und mit meinem mit meinem äh ich bin ich darf nicht bauen und gleichzeitig reden das ist vielleicht jetzt nicht so unbedingt schlau aus mit meinem mit meinem mit meinem mit meinem mit meinem jetzt habe ich es gleich jetzt habe ich es gleich jetzt habe ich es gleich genau ich habe noch mit meinem normalen mikrofon aufgenommen also mit dem was ich jetzt auch anhabe dann habe ich gleichzeitig allerdings noch mit meinem äh mikrofon von dem von der kamera genau jetzt habe ich es ich bin heute so durch Mann und Mann Schildkröte auf jeden fall habe ich damit noch aufgenommen kann ihm aufhören bitte zu schreiben danke und dann hat sich meine stimme nun mal aufgehört wie ein sag mal wie ein roboter was mache ich denn die Schildkröte braun komm wie zu hoch bin eine tasse zu hoch das sieht jetzt zwar wahrscheinlich immer noch scheiße aus aber ich hoffentlich hoffe doch mal besser ups als das letzte mal so hier vorne kommt der kopf dran das wird jetzt aber nicht so ein billow kopf sondern eher so ein richtig nicer tobi kopf so vielleicht jetzt nicht so hoch vielleicht ist auch nicht so breit na gut es muss so breit sonst sieht das nach scheiße aus ach das sieht doch nie ist denn süß aus auf jeden fall hat es hat sich meine stimme eben angehört wie ein roboter was ist das denn prismarin wie ein roboter und dann habe ich mir gedacht okay auch wenn ich absolut überhaupt gar keine Zeit habe jetzt gerade muss ich oder will ich das dann doch noch besser machen für euch weil sich das ja sonst behindert anhört ja super das sieht mega nice aus wieder schildkröte hat noch so einen panzer auf dem rücken den panzer mache ich mal aus stein und dann habe ich mir gesagt okay dann nehme ich das jetzt nochmal auf für euch na das sieht mir gleich ein bisschen kleiner aus und ja und jetzt hier bin ich ach ich bin heute so durch ich muss morgen früh aufstehen wir haben schon ein viertel vor zehn normalerweise bin ich um die zeit noch nicht so es sieht schon wieder so un-fucking-fassbar behindert aus na könnt ihr euch dran freuen ich nicht haben schildkröten eigentlich den schwanz keine ahnung ähm auf jeden fall habe ich einen neuen skin kann ich euch jetzt mal zeigen weil ich eh nicht mal weiß was ich bauen soll weil ich total durch bin hier tatsächlich hier halli hallo mein skin ja bin ich mal gespannt zeige ich euch nachher nochmal und ich würde sagen meine schildkröte wird hoffentlich mal nicht auf den letzten platz gehen können die ultras da unten mal bitte bitte aufhören zu schreiben fände ich echt nice das war meine schildkröte hier ab in den untergang also mir ist aufgefallen dass ich keine schildkröten bauen kann was war das denn das letzte mal was ich da gebaut habe ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern ich glaube es war tatsächlich auch eine schildkröte aber das letzte mal sah es unglaublich behindert aus das letzte mal war so ein klotz so jetzt kommen wahrscheinlich so richtig nice dinge also ich muss sagen ich werde glaube ich schon mal nicht letzter ja das würde ich nämlich auch sagen na herzlichen glückwunsch ähm das sieht auch niedlich aus das geht von mir sogar ein amazing das sieht niedlich aus muss ich sagen naja auf jeden fall ja ich würde sagen wir starten hier jetzt gleich mal durch mit meinem skin gleich bleeding eyes ja super wieso machst du das absolut zero ja würde ich sagen wir machen das jetzt mal so seht jemand nochmal mein also ich muss sagen das sieht behindert aus mein skin einmal von vorne nochmal hier hallo le hallo wir machen jetzt mal so weiter keine ahnung irgendwie wenn man nicht baut dann geht das die schildkröte streckt sich das gibt ein okay weil es es sieht ja nun mal nicht schlecht aus muss man sagen hier so schöner kopf da zwei diese schädel da als augen ist vielleicht jetzt nicht das beste naja man weiß ja nie so was ist also ich muss sagen es sieht schon mal nicht schlecht aus hm gibt es ein okay oder gibt es ein gut na komm weil es so niedlich aussieht gibt es ein gut auch wenn es pink ist tut mir leid ja jetzt kommt wahrscheinlich gleich meins also das sieht ja mal mehr als behindert aus da ich weiß ja meins kommt auch noch gleich ist es tut mir leid ich fasse mir heute extrem viel durch die haare meine haare sind heute scheiße keine haare tut mir leid was ist denn da los was ist das super turtle komm das ist super turtle hier was ein nices bild das ist super turtle dafür gibt es sogar ein okay super turtle so oh jetzt jetzt kommt meins das gibt ein ich laufe hier mit dem mäh durch oh der hat eine gute in der Hand oh jetzt hat er eine schlechte in der Hand der hat ein amazing mit was da ist hier eigentlich alles so haha war eh klar ich hoffe mal dass ich nicht letzter werde aber ich glaube nachdem ich das wer schreibt mir eigentlich die ganze Zeit hey kann ich mal bitte aufhören dankeschön hoffentlich ist es jetzt nicht kaputt nein der bekommt den muss man nicht wissen muss man also komm das ist doch jetzt hier mal schlecht nein ich wollte okay jetzt habe ich es reportet Entschuldigung 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 wer auch immer das war tut mir leid Salt Franklin is that you nein nicht unbedingt so jetzt drücke ich die Daumen dass es nicht letzter Platz wird oh vorletzter haha ja eben habe ich ein Bett musste ich ein Bett bauen da bin ich dritter geworden ich kann es ja hier gerne dann kurz hier nochmal einblenden naja auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und ich würde sagen wir sehen uns dann hoffentlich hoffentlich am Donnerstag wieder und ja raus hier naja macht es auf jeden Fall gut und ja so sie sich Ciao ja